So, hallo! Hallo! In den letzten Tagen sind in der Türkei tausender Demonstranten verletzt worden. Unsere Bundesregierung verurteilt das. Zu Recht natürlich. Aber was passiert in unserem eigenen Land? Was ist letzte Woche passiert? Massive Grundrechtsverletzungen von Seiten der Polizei. Die Bundesregierung sagt dazu kein Wort. Wir stehen hier heute nicht nur für die Block-You-Pi-Bewegung. Wir stehen hier heute auch für ein besseres Asylrecht, für eine soziale Gesellschaft, für das Recht auf freie Meinungsung, für alle Einwohner dieses Landes. Wir stehen heute hier, damit vielleicht jeder auf die Straße gehen kann, ohne Angst zu haben, dass seine Grundrechte massiv eingeschränkt werden. Wenn ihr euch erinnert, letztes Jahr, viele von euch waren bestimmt dabei, haben wir hier mit 10.000 Leuten gegen Akta demonstriert. Und wir waren auch erfolgreich. Das ist natürlich für die Regierung ein Schlag ins Gesicht, wenn wir eine andere Meinung haben als die Regierung und das auch noch durchsetzen. Jetzt standen hier letzte Woche wieder 10.000 Leute. Und was macht die Regierung? Sie knüppelt auf uns drauf. Sogar Journalisten wurden angegriffen, die Pressefreiheit wird gestritten. Das ist derzeit die Realität in diesem Land. Was sagt unser Innenminister dazu? Bürger, Journalisten und Abgeordnete sind alles Lügner. Das Sicherheitskonzept ist aufgegangen. Wir haben die Bürger vor Schäden bewahrt. Bei 300 verletzten Demonstranten muss ich fragen, sind wir denn keine Bürger hier? Der Anlass dazu waren Sonnenbrillen, Regenschirme, Styropor. Das ist für die Polizei ein Grund, 900 Leute einzukesseln und grundsätzlich jeden zu verdächtigen. Von unserer Regierung sind wir sowas gewohnt, dass grundsätzlich jeder verdächtigt wird. Ich sag nur, die Vorratsdatenspeicherung, die Bestandsdatenauskunft, Luftüberwachung mit Drohnen und so weiter und so fort. Was sollen wir jetzt den Menschen sagen? Wir wollen natürlich, dass viele Leute zu Demonstrationen kommen. Aber was sag ich denn meiner Schwester zum Beispiel? Komm lieber das nächste Mal nicht, das könnte gefährlich für dich sein. Wenn es so weit kommt, dann gute Nacht, das können wir nicht zulassen. Ja! Ich möchte in einem Land leben, in dem ich der Anblick von Polizisten um mich herum beruhigen und nicht verunsichere. Ich möchte von einer ausgeruhten, gut bezahlten Polizei geschützt werden. Ich möchte eine Polizei, die für meine Sicherheit da ist und keine vor der ich Angst haben muss. Wir brauchen ein System, in dem Polizisten keine Angst um ihren Job haben müssen, wenn sie unmännliche Anweisungen von oben melden und einfach nicht ausführen. Gleichzeitig holen wir eine eindeutige Kennzeichnung für alle Polizisten, damit wir uns nachdenklich wehren können. Das beinhaltet auch eine unabhängige polizeiliche Beschwerdungsstelle für polizeiliche Übergriffe, damit Ermittlungen nicht mehr intern versandeln. Es ist an der Zeit, dass wir wieder ungestört unsere Stimme erheben können. Es ist an der Zeit, dass unsere Proteste ernst genommen werden. Es ist an der Zeit, neue Konzepte auszuprobieren. Und es ist an der Zeit, wieder Politik für alle Menschen zu machen, um das wohl aller zu vermehren und nicht nur das von bestimmten Gruppen. Wie sagt man so schön, in Deutschland wird es keine Revolution geben, weil der Rasen nicht betreten werden darf. Lass uns laut sein und denen zeigen, dass wir nicht nur das Stimmvieh sind, das Wahlvieh und das Sozialvieh. Dieses Land ist Unterrasen und die betreten ihn, wann wir wollen. Und die Straße holen wir uns zurück. Vielen Dank.